Natürlich stand im Mittelpunkt die Frage, wie wir die Sondierungsgespräche nun angehen. Es ist heute im Präsidium nochmal klar geworden und zwar völlig einmütig, dass wir in guten Geist in diese Sondierungsgespräche gehen. Die Hauptbotschaft ist, wir sind bereit zu Jamaika. Wir sind bereit zu Jamaika, das heißt, wir sind bereit zu schnellen Gesprächen, zu kompakten und auch vor allem zu sehr konzentrierten Gesprächen. Das heißt, der Fokus muss darauf liegen, zu schauen, dass wir sehr schnell, sehr zielführend hier zu guten Ergebnissen kommen können. Das sollen nicht die Nebentöne entscheidend sein, sondern maximale Konzentration auf das, was man erreichen will, nämlich auszuloten, ob es eine Möglichkeit gibt, tatsächlich Jamaika zu realisieren. Heute ist auch nochmal deutlich geworden im Präsidium, dass unser Team steht, will das nochmal ganz klar sagen. Wir bleiben auch bei den fünf bekannten Namen, natürlich an der Spitze, unser Parteivorsitzender Markus Söder, dazu der Landesgruppenvorsitzender Alexander Dobrindt, darüber hinaus unser Parteivize Dorothee Bär, der parlamentarische Geschäftsführer Stefan Müller und der Generalsekretär. Auch unsere Positionen stehen natürlich Grundlage für die Gespräche, unser gemeinsames Programm mit der CDU. Klar ist, dass ein solches Jamaika-Bündnis für das steht, was die Menschen im Land auch erwarten. Natürlich muss es stehen für Stabilität, es muss stehen für Nachhaltigkeit, es muss auch stehen für Aufbruch. All dies, glauben wir, kann man gut zusammenbringen. Da wird man ausloten müssen, wo von vornherein Gemeinsamkeiten, gemeinsame Grundüberzeugungen bestehen. Und man muss natürlich auch schauen, wie man das, was vielleicht noch trennt, überbrücken kann. Da wird es sicherlich Kompromisse geben können, geben müssen, was nicht passieren wird dürfen. Das wäre eine Grundverschiebung von Koordinatensystemen. Ich sage ganz deutlich, Jamaika ist eine Chance, Jamaika hat eine Chance, Jamaika hat auch Charme. Und wir als CSU wollen jedenfalls alles dafür tun, dass die Möglichkeit, die besteht, genutzt wird bei den anstehenden Gesprächen am Sonntag mit der FDP und am Dienstag mit den Grünen. Ja, aufgrund der Zeit hätten wir Zeit für drei kurze Fragen. Herr Trost, dpa. Herr Blume, vielleicht können Sie zwei, drei Takte sagen zur Genese dieses Treffens am Sonntag. Man hat den Eindruck, so ein bisschen gewonnen, die letzten 24, 48 Stunden, dass da erstmal CDU und CSU miteinander sondieren müssen, ob man noch vernünftig miteinander reden kann. Ist die Union überhaupt in sich jetzt ihrer Ansicht nach so aufgestellt, dass man in diese Sondierungen vernünftig gehen kann? Es gab ja aus der CSU heraus auch Kritik daran, dass bei der CDU da nicht alles so richtig rund läuft. Hat sich das gelöst? Ist das jetzt in der Spur? Wie sehen Sie das? Danke. Ich denke, für die jetzige Phase ist Ordnung und Struktur in den Verfahren ganz entscheidend. Und dann sollte das Hauptaugenmerk liegen auf dem, was man verhandeln will, auf den Inhalten, auf das Ausloten von Gemeinsamkeiten. Und die Nebentöne sollten wir einfach beiseite lassen. Es gibt ein sehr gutes Einvernehmen der Generalsekretäre. Natürlich sowieso in der Union bin ich mit Paul Ziemiak jeden Tag in Kontakt, in sehr gutem Kontakt. Es gibt aber auch einen guten Kontakt der Generalsekretäre mit den beiden weiteren potenziellen Partnern. Und auch die Terminfragen und Ortsfragen sind alle geklärt. Und deswegen, glaube ich, kann jetzt volle Konzentration auf das gerichtet werden, was notwendig ist. Herr von Löwes, bitte. Was meinen Sie denn mit Grundverschiebung von Koordinatensystemen? Ist es nicht vielleicht eher vorstellbar, wenn Sie mit den Grünen mal solche Gespräche führen würden? Und wie werten Sie denn das, was von den Grünen bisher in die Richtung der Union gekommen ist, was ein mögliches Jamaika-Bündnis angeht? Die haben sich doch eigentlich schon klar auf die SPD festgelegt. Wie zielstrebig sind Sie denn wirklich jetzt da, noch ein Jamaika-Bündnis schließen zu wollen aus CSU-Sicht? Wir sind das sehr zielstrebig. Wir sind auch bereit. Aber es gilt die Prämisse auch von Anfang der Woche. Markus Söder hat ja gesagt, ja, wir sind bereit, aber natürlich auch nicht um jeden Preis. Das heißt, die Grundschrift von unseren Positionen muss natürlich erkennbar sein. Das heißt nicht, dass man nicht Kompromisse finden könnte. Ich sehe auch heute am heutigen Tag interessante Äußerungen aus dem Bereich der Grünen, wo schon angedeutet wird, was alles nicht zwingend Voraussetzung für eine Koalition ist. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage, halte das für sehr wichtig, dass man jetzt nicht vorneweg steht, was alles nicht geht, sondern auch mal andeutet, was gehen kann. Und wenn dieser gute Geist, den ich auch eingangs für uns betonen möchte, wenn dieser gute Geist da insgesamt weht, dann kann da sehr viel möglich werden. Naja, also dass Positionen, die für uns in dem Wahlkampf eine große Bedeutung hatten, eine klare Absage an Substanzbesteuerung, dass solche Dinge natürlich nicht in einem Korb dann lägen, wo man sagt, da kann man mal drüber reden. Ich glaube, das ist klar, aber das gibt es bei jeder Partei. Und auch in Kenntnis von solchen Dingen geht man natürlich in solche Gespräche. Und zum Abschluss, Herr Wendler, bitte. Dankeschön, Herr Blum. Ich würde gerne wissen, die FDP, aus der FDP kommt der Vorwurf, Sie sollten etwas demütiger sein im Hinblick auf die Gespräche. Müssen Sie sich da selbstkritisch auch sagen, wir waren nicht demütig genug. Und noch eine Frage, Sie hatten eben vom guten Einvernehmen der Generalsekretäre ausdrücklich gesprochen. Wie ist denn die Zusammenarbeit der Parteivorsitzenden im Moment? Dankeschön. In der Union. Danke. Also ich glaube, das gilt allseitig, dass es da wirklich das erkennbare Bemühen auch gibt, das jetzt alles sehr konzentriert, sehr kompakt und sehr zielgerichtet zu führen. Das, was da gestern auch an kleinen Nebentönen war, Sie hatten da einen Zweed angesprochen. Ich glaube, das haben wir auch gut gelöst. Also nochmal jetzt volle Konzentration auf das, was wir erreichen wollen, nämlich zu schauen, dass wir Jamaika eine Chance geben können. Ich bin der festen Überzeugung, dass Jamaika auch klare Vorteile hätte gegenüber einer Ampel. Es ist ein Bündnis, wo das Fundament erkennbar in der Mitte liegt, sehr ausbalanciert zwischen den verschiedenen Grundrichtungen. Und dass Jamaika dann vielleicht auch tatsächlich einen könnte, wo die Ampel eher trennen würde. Das sind Dinge, die notwendig sind bei unserem Land, um wirklich die großen Fragen zu adressieren. Da geht es ja häufig um die Frage, wie man dann Trennendes auch überwinden kann. Ich bin der festen Überzeugung, da könnte Jamaika einen guten Beitrag leisten. Deswegen immer eben die Aussage, Jamaika hat eine Chance und Jamaika hat auch Charme. Ich glaube, der Austausch ist da sehr gut. Gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Soweit die Pressekonferenz der CSU-Spitze vor den anstehenden Gesprächen der Union mit Grünen und FDP. Und wir fassen nochmal kurz zusammen. Der Generalsekretär Blume betonte noch einmal, die CSU sei bereit für Jamaika. Jamaika sei eine Chance, aber nicht um jeden Preis.